Ich lerne Deutsch. Nummer 15710 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wie können wir gerechte und nachhaltige Arbeitsbedingungen gewährleisten? Wie können wir gerechte und nachhaltige Arbeitsbedingungen gewährleisten? Kann mir jemand helfen? Ich finde mich auf der Karte nicht zurecht. Kann mir jemand helfen? Ich finde mich auf der Karte nicht zurecht. Obwohl die Ferien sehr schön waren, freue ich mich wieder auf die Schule. Obwohl die Ferien sehr schön waren, freue ich mich wieder auf die Schule. Obwohl die Ferien sehr schön waren, freue ich mich wieder auf die Schule. Der informelle Stil des Workshops ermöglichte es den Teilnehmern, sich frei zu äußern und Fragen zu stellen. Der Informelle Stil des Workshops ermöglichte es den Teilnehmern, sich frei zu äußern und Fragen zu stellen. Der Workshop war locker und nicht starr strukturiert, sodass die Teilnehmer sich wohlfühlten und aktiv mitmachen konnten. Ich will heute nicht in den Kindergarten. Die anderen Kinder ärgern mich immer öfter. Sei vorsichtig! Hier können Züge aus beiden Richtungen kommen. Sei vorsichtig! Hier können Züge aus beiden Richtungen kommen. Das Wasser ist mir zu kalt. Ich glaube, ich gehe heute lieber nicht schwimmen. Das Wasser ist mir zu kalt. Ich glaube, ich gehe heute lieber nicht schwimmen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like! 2 1 1 1 2 3 4